So Leute, Mittwoch! Mittwoch ist unser Lieblings-Tag. Das ist immer mein Mittwochs-Outfit. Wie ihr erzählt, habe ich jeden Mittwoch für euch an. Ich bin drauf eingestellt auf die Geschichte. Und ihr werdet den Mittwoch hassen. Wir machen Burpees. Und quasi immer als Challenge. Also da geht ihr wirklich bis zum Schluss. Teilt euch das auch nicht großartig ein, sondern immer volles Ballett. Nur mal nur Ruhe. Ich gucke mal den Tag und gucke an uns, wo die zu machen. 30 Minuten. Der erste Mittwoch ist, ihr stellt euch einen Timer auf 30 Minuten oder Schlott Uhr. Und dann macht ihr so viele Burpees, wie ihr könnt, in 30 Minuten. Aber wir machen die einbeinig. Das heißt, ein Füßchen hoch, ihr geht runter, nach hinten. Ihr könnt auch über die Knie hochkommen, wenn ihr das wieder rum und hoch und ran und hüpfen. Ihr könnt gerne auch immer mal wechseln. Ihr könnt es jedes Mal wechseln, auch 10 Mal wechseln, wie auch immer. Bloß macht es dann diesen einen Burpee dann jeweils einbeinig. Okay? Also wechselt immer in irgendeinem regelmäßigen Abstand. Ob das 1 ist, 3 ist oder 5. Aber haltet es so ein, dass quasi beide Beine gleichzeitig gelastet werden. Seid tapfer, 30 Minuten und postet schön, wie viel einbeinige Burpee sie an 30 Minuten schafft. Sportfrei, bis gleich.